Zug nach Graz Hauptbahnhof. Nächster Halt Graz Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. In Kürze erreichen wir Graz Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Station Graz Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Bokanamur. Sehr geehrte Fahrgäste, im Zeitraum von 13. Jänner bis 13. Februar 2019 wird dieser Zug wegen Bauarbeiten um einige Minuten früher abfahren. Informationen erhalten Sie im ÖBB-Score-T auf oebb.at sowie im ÖBB-Kundenservice 05 1717. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. In Kürze erreichen wir Judendorf-Straßengel. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Station Judendorf-Straßengel. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Gratweingradkorn. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. In Kürze erreichen wir Gratweingradkorn. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Station Gratweingradkorn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Stübing. In Kürze erreichen wir Stübing. Station Stübing. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Pegger Deutsch-Veistritz. In Kürze erreichen wir Pegger Deutsch-Veistritz. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecher-Durchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Station Pegger Deutsch-Veistritz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Fronleiten. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. In Kürze erreichen wir Fronleiten. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Station Fronleiten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Mixnitz-Bärenschütz-Klamm. In Kürze erreichen wir Mixnitz-Bärenschütz-Klamm. Station Mixnitz-Bärenschütz-Klamm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Perneck. In Kürze erreichen wir Perneck. Station Perneck. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Bokanamur. Nächster Halt. Bokanamur. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Bokanamur. In Kürze erreichen wir Bokanamur. Bokanamur. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Station Bokanamur. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Graz Hauptbahnhof. Wirżej haben hier. Ich werde mit Ihnen sein. Untertitelung des ZDF, 2020